Gibt's dir eigentlich noch die Mini-Winni-Würstchen-Kette? Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und ich freue mich, dass du Lust hast, eine Runde mit mir in New York Mysteries Geheimnisse der Mafia zu wimmeln. Und ihr habt mir letzte Woche geschrieben, dass der Koffer hier versteckt ist und ich habe den tatsächlich nicht gesehen. Danke für den Hinweis, ich nehme den jetzt mal mit. Haha, guck mal, neun Koffer von neun gefunden. Super, aber nur dank euch. Ich habe das tatsächlich nicht gesehen. Ich kleine blinde Nuss. Aber ich wollte eigentlich ja was ganz anderes machen, denn ich war, guck mal, hier sind immer noch die anderen Dinger. Aber es ist nicht so schlimm. Ich guck mal, was jetzt hier noch beim Deck des Bootes zu tun ist. Ein bisschen was habe ich ja. Hm. Okay. Hier. Hier war wohl mal ein Hebel, aber ich habe immer noch keinen. Geht der Besen nicht? Nee, immer noch nicht. Kann ich das mit dem Messer? Nein. Ich habe halt keinen Hebel. Hallo? Okay. Damit kann ich nichts machen. Hier habe ich ja aber auch eigentlich alles gemacht, oder? Also ich glaube... Ja, guck mal, da fehlt ja immer noch ein Teil von dem Mosaik und das habe ich auch noch nicht. Den kann ich auch nicht weiter untersuchen. Den habe ich ja betäubt. Ich muss sie anheben. Ach, und das geht nur mit dem Hebel. Ach, komm schon. Aber hier soll ich eigentlich was machen können, gell? Also hier bin ich eigentlich... Hier müsste ich was machen können. Ha, und ich sehe es mal wieder nicht. Hier. Was ist das? Ich komme nicht daran. Vielleicht mit dem Magnet? Bam. Oh, eine Miniatur der Pyramiden. Perfekt. Die gehörten hier hin. Das packe ich da auch gleich hin, damit ich es nicht vergesse. Come on, dann fehlt mir hier nur noch diese Kathedrale. Okay, eins fehlt noch. Das finde ich schon auch noch. Haha. Und unter der Brücke muss auch noch was zu erledigen sein. Eine Wimmelbildszene auf dem Boot, siehste. Oh, das... Es verwirrt mich etwas. Ich... Das sieht für mich noch gar nicht aus wie so eine typische Wimmelbildszene, ne? Das ist hier in diesem Spiel... Ist das ein bisschen anders wie in Spielen, die man sonst so kennt. Was ist hier denn? Den Code zu erraten, wäre wirklich schwierig. Ich muss erstmal einen Hinweis finden. Ja, das finde ich auch. Was habe ich denn hier? Irgendwelche Angeldinger. Was ist das denn? Das kann ich schon mal gebrauchen. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Kann ich den Schlüssel? Hier brauche ich nicht, oder? Nein. Doch. Na siehste. Ein Haken. Da hinten ist einer. Dieses... Hier ist eine Art Symbol aufgezeichnet. Ich muss den Schmutz entfernen, wenn ich es erkennen will. Dann brauche ich erstmal einen Putzlappen. Den nehme ich doch mal. Dann putze ich das mal weg. Bam, badam, 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 badam. Es ist schön putzen. So. Ich hoffe, du bist gut in die Woche reingekommen. Und du hattest bisher einen wunderschönen Montag. Und du lässt es dir gut gehen am Wochenstart. Ah, verschlossen. Ich habe einen Schlüssel. Achtung. Freust du dich jetzt denn schon, wenn Ferien anfangen? Osterferien dauern ja jetzt nicht mehr so lange, ne? Und jetzt ist es nur noch kurz aushalten, heißt es jetzt noch. Und dann ist auch schon wieder Ruhe angesagt. Wie lange sind Osterferien? Ist es drei Wochen? Ich weiß das gar nicht genau. Ich müsste nachgucken. Das Seil könnte sich als nützlich erweisen. Oder auch nein. Okay. Mit bloßen Händen? Ja, aber mit einem... Ach nein, komm schon. Normalerweise kann man mit einem Messer das auch aufmachen. Aber hätte hätte Würstchenkette? Geht nicht. Ah, gibt es hier eigentlich noch die Mini-Winni-Würstchenkette? Mögen Franz und die Annette. Auch die Heidi und der Knut finden Mini-Winni gut. Gab es früher mal eine Werbung? Ha. Kann ich hier mit einem Messer... Ich will immer... Wenn ich ein Messer habe, dann will ich da auch irgendwo... Da. Will ich da auch immer irgendwas mit zerstören und tüdeln, oder? Ah, aber ein Schraubenzieher habe ich jetzt gefunden. Guck mal, hier ist auch so ein Symbol. Na gut, ich schraubiere mal auf. Achtung. Tada! Da ist das nächste. Eine Zwille. Ja, eine Zwille habe ich in Ark auch. Hast du die Ark-Folge gestern gesehen? Hm? Es war sehr lustig. Also für die, die zugeschaut haben, für mich wahrscheinlich eher nicht so. Aber es war spaßig. Da bin ich nämlich... Da hat mir jemand mein Haus abgedeckt. Musst mal gucken. Musst mal, wenn du Lust hast, musst mal schauen in die Ark-Folge von gestern. So, wo ist denn... Wo könnte denn hier eine Zwille sein? Eine Zwille und guck mal, das ist der Angelhaken mit dem Seil. Kann ich das hier einfach... Ach, komm schon. Und dann mit dem Messer, ne? Ich wollte eigentlich das Seil abmachen und das dann... Ja, ist egal. Ist, ähm... Ja, reden wir nicht weiter drüber. Ist wurscht. Die kommt dahin. So, jetzt ist die Frage... Die Frage ist die Frage. Ich habe noch keine Möglichkeit... Ich habe... Ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, ich brauche erst einen Hinweis. Ich weiß noch gar nicht, was das werden soll. Ach doch, ich habe hier so und so und da drüben ist noch eins. Ich brauche etwas, womit ich den Rettungsring aus dem Wasser fischen kann. So, guck mal. So, ja. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was eins, zwei oder drei ist. Aber das macht gar nichts. Das ist das Erste. Als Zweites nehme ich dann das. Wenn ich es finde. Das ist das hier, gell? Und als Drittes die Raute. Da. Nein. Okay. Dann als Erstes das. Als Zweites das. Und dann die Raute. Und ich bekomme eine Schleuder mit Schleudergummi. Tada. Ich weiß nicht genau, was ich mit einer Zwille anfangen soll. Ohne Witz. Ich habe keine Ahnung, was ich damit jetzt schon wieder machen soll. Also Dinosaurier werde ich damit ja wohl hier nicht beschießen müssen. Hoffe ich mal. Hier kann ich jetzt was Neues machen an der Treppe. Dann da wahrscheinlich was mit der Zwille. Ich gucke jetzt aber hier erstmal noch bei der Brücke oder auf der Brücke. Hier muss ja auch noch etwas sein. Wird mir auf alle Fälle angezeigt. Ja, hier komme ich ja noch nicht ran. Da fehlt mir noch so ein Öffnungsmechanismus. Raddings gedöhnt irgendwie. Guck mal an. Ich habe den Sammeldings gefunden. Haha, da auch schon jetzt vier von neun. Das ist doch gut. Cool. Habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Ah, hier muss noch irgendwas mehr zu machen sein, ne? Also, da muss noch etwas zu erledigen sein hier oben. Aber was? Das weiß ich noch nicht. Ich gucke echt mal. Das hier blinkt so verdächtig, weißt du. Da will man dann immer hinklicken. Oh, das blinkt hier oben aber auch. Guck mal. Was ist hier denn? Ich muss das Spinnennetz loswerden. Ich habe ja einen Besen. Das ist ja kein Problem hier. Mosaikstücke. Awesome. Sehr gut. Die gehören doch hier in das Schächtelchen hinein. Guck mal. War das hier? Und ja, das ist ja kein Problem. Ich habe hier und jetzt habe ich ein Puzzle. Stelle das Bild wieder her, indem du die Mosaikteile anordnest. Ah, ich kann ja so Schiebesachen immer nicht so überragend, aber gucken wir mal, ne? Das hier muss wahrscheinlich da unten, weil das sieht aus wie der Rahmen, oder? Das hier. Also so vielleicht. Die Frage ist, gehört das dann dahin? Hm. Das könnte da schon richtig sein. Mal schauen. Ähm, zack, zack, zack. Ob das da unten hingehört? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube aber, das gehört da oben drüber. Guck. Und das sieht schon so richtig aus, oder? Jetzt müsste ich das hier mal haben. Das gehört, glaube ich, warte mal. Ähm, so. Dahin. Gell? Sieht richtig aus. Jetzt brauche ich, ach, jetzt brauche ich das da hinten, natürlich. Natürlich, was auch sonst. Ah, ja, das gehört da sogar hin. Guck mal, das auch. Hm. Ich muss aber erst mal den da hinten raus haben. Ah, nein. Jetzt muss ich mir das alles wieder umtüdeln. Oh, Menno. Ähm. Naja, tüdel, die, tüdel, die, tüdel, die, tüdel. Ah, also den. Den da brauche ich jetzt ja hier. Gell? Das sieht so richtig aus. Dann. Das so. Guck mal. Und dann kann ich den da hinschieben, weil der gehört nachher hier hin. So, das ist ja hier richtig. Und dann kann ich den da hinschieben und dann kann ich das so hin und her schieben. Der muss aber hier nach oben. Ja, und der da drüber. Ach, Manno. So. So. Ja, und jetzt muss das noch. Die beiden müssen noch Plätze tauschen, glaube ich. Ich glaube, dann sieht es richtig aus, oder? Was ist das hier? Eine Zigarrenkiste oder was hat der da? Ich weiß es noch nicht. So, genau. Ähm. Ich muss mal schauen. Der gehört ja schon dahin, aber der muss da drüben hin. So. Oh Gott, oh Gott. Das ist immer nicht so einfach hier. Jetzt aber. Haha. Alle richtig. Ich habe den Kreml gefunden. Der gehört natürlich da auch wieder rein. Kann ich mir hier so eine Zigarre mitnehmen? Nö. Schade eigentlich. Und hat das jetzt hier erst angefangen zu schneiden oder schneit das schon die ganze Zeit hier? Und Gott sei Dank schneit das eigentlich nicht mehr. Gott sei Dank, oder? Also ich brauche das echt nicht. Guck mal, hier fehlt mir noch das Sammelobjekt fehlt mir. Das könnte ja eine Krawatte. Da ist das Verwandelbare. So, jetzt fehlt mir aber das Sammelobjekt. Oder. Also das kann ja eine Krawatte sein. Die Koffer habe ich schon. Oder so ein Chip vom Roulette spielen oder so. Ha. Ha, 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 ha. Ah, ich sehe es aber jetzt gerade auf Anhieb nicht. Die Koffer habe ich ja dank euch jetzt alle gefunden. Hurray. Die brauche ich jetzt nimmer. Aber ich weiß, es gab noch Krawatten. So blaue Krawatten hängen da irgendwie rum. Ich weiß natürlich nicht, ob die alle blau sein müssen. Und so ne, diese Spielchips, ne? Diese, ich weiß gar nicht, Jetons heißen die, glaube ich. Na gut, finde ich jetzt nicht. Ist aber nicht so schlimm. Ich kann hier ins Arbeitszimmer jetzt den Kreml machen. Hier gibt es ja jetzt unterschiedliche Länder, ne? Also Frankreich und Ägypten und die USA und Brasilien und so. In welchen Ländern warst du denn eigentlich schon alles? Welche Länder hast du denn schon so gesucht? Guck mal, das sieht ja cool aus. Bewege die Miniaturen der Monumente zu ihren Standorten auf der Welt. Das gehört schon mal dahin. Ähm, ja, jetzt ist natürlich, hm. Das ist auch immer nicht so einfach, ne? Also ich weiß natürlich schon, dass das hierhin gehört. Und das eigentlich darüber. Und das muss da drüben hin. Warte mal, vielleicht kann ich. Aber man kann ja immer nicht so hin und her schieben, wie man möchte. Ich bräuchte hier jetzt bitte mal noch, keine Ahnung. Ach, das ist Alcatraz. Kennst du Alcatraz? Das ist so ein Gefängnis gewesen. Ähm. Ich, ne, das muss, ne, ist schon richtig so. Ich muss das, ne, warte mal. So, den da hin, den da hin, den da hin, den so. Dann kann Alcatraz da hin. Das ist nicht richtig. Doch. Ach so, ne, das ist nicht Alcatraz. Was zum Teufel soll das sein? Ach, das ist chinesische Mauer gewesen. Okay, ich hab grad gedacht Alcatraz. Aber Alcatraz liegt doch hier irgendwo, glaub ich. So, warte mal. Also, das muss da hin. Lass mich aber, ne, warte. Ich muss das, es ist echt nicht einfach, liebe Leute. Warte, ich brauche hier in Neuseeland. Das braucht, muss da ganz drüben hin. Hm. Damit ich das dann, warte. Ach, nein, das war genau falsch rum. Ach, komm schon. Ähm. Ach, Manu, das ist, äh, sowas finde ich immer so. Ah. Mi, das ist immer Mi. Das ist Mi, 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 Mi. Ein Zeit zum Mi, Mi, Mi machen für mich. Aber ich glaube, ich mache erst Mi, Mi, Mi weiter in der nächsten Folge. Ich danke dir jetzt fürs Zuschauen. Kommt gut in die Woche und bis morgen. Ciao, ciao. Deine Damakas.